Aloha und weiter im Text mit Harvest Moon Oh Wonderful Life. Wir stocken jetzt erstmal unser Samenregal auf. So, Süßkarte. Achso, wir sind ja durch. Fast durch. Also die Baumsamen müssen wir jetzt nicht kaufen. So. Hätten wir das erstmal. Gott, ich werde sowas von gar nicht mehr durchsehen. In meiner Wirtschaft hier. So, und ich probiere jetzt... Ich probiere den Spaß jetzt einfach mal mit... Moment, ich mache mal kurz die Seite auf, wo ich mir das jetzt noch rausgesucht habe. Ich hätte gerne... Tomate und Wassermelone. Nee, ich habe gar nichts zu essen. Lalalalalala. Gar nichts. Ich möchte das ja nicht analysieren. Ich hätte gern einen Mischling und zwar aus einer Tomate. Und eine Wassermelone und Tomate. So. Da soll laut dieser Liste eine Gretoma bei rauskommen. Wir werden sehen. Mein Rücken tut weh. Aua. Ich möchte nur kurz demonstrieren. So. Und dabei kamen jetzt raus... Tomatensamen. Nehmen wir jetzt mal in umgekehrter Reihenfolge. Und so habe ich es gerade die ganze Zeit gemacht, bis ich dreimal Beshpa rausgekriegt habe. Und das Problem ist halt einfach, dass das so lange dauert, bis der die Pflänzchen an sich nimmt. Das ist halt das Manko an der ganzen Aktion. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Und wieder nur eine Tomate. Wetten. 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 Nochmal bitte. Ich möchte das demonstrieren. Stellt euch mal vor, wie viele Melonen wir da hätten anpflanzen müssen. Und wie viele Tomaten. Tomaten ist jetzt nicht das Problem. Die wachsen ja relativ schnell. Ah, jetzt haben wir es. Das war Wassermelone und Tomate oder Tomate und Wassermelone. Da. Ja. Und das versuchen wir jetzt noch mit, was haben wir noch? Tomate und Melone. Haben wir das schon? Tomate und Melone. Ja, genau. Dann probieren wir das noch damit. Tomate und... Machen wir sie denn? Melone. Da. Ja, was kann ich denn jetzt so erzählen? Also ich werde... Ich schätze mal, ich werde das Offscreen machen. Aber ich weiß es nicht genau. Das werde ich wahrscheinlich irgendwann mal abends machen, wenn ich... Also ich habe jetzt vorlesungsfreie Zeit, schreibe nur noch eine Klausur, blablabla. Habe ich ja schon oft genug erzählt. Und ich schätze, ich werde das mal abends machen, dass ich dann nebenbei diese Kreuzung mache. Ich markiere mir das in meiner Liste. Und kann euch dann sagen, was was war. Weil ich glaube nicht, dass ihr wollt, dass ich das hier jetzt mache, während ich hier... Ne, und so. Weil... Melone zusammen. So. Weil, ähm... Dabei ja die Zeit nicht vergeht. Und das ist halt extrem nervig. Dass bei den ganzen Aktionen hier, die man macht, nie die Zeit vergeht. Hör auf! Hm. Ich schätze auch, dass das jetzt erstmal die letzte Aufnahme für diese Aufnahme-Session sein wird. Denn, ähm... Ja, Tomatensamen. Denn ich habe keine Lust mehr. Tomate und Melone. Und ich habe auch noch einiges zu tun. Ich habe hier... Das kann ich ja mal zählen, während ich hier... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, hallo Zug, acht, oh, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig Blätter. Alle beidseitig gedruckt. Also, vierzig Seiten habe ich, die ich für meine Klausur lernen muss. Ha! Hm. Ich habe eine seltsame Pflanze gezogen. Das ist vielleicht ein... Melotoma. Melotoma. Nein. Erstmal nicht. So, und ich werde dementsprechend jetzt erstmal... Ähm... Nicht jetzt, aber... Das werde ich dann machen. Ich werde das Offscreen machen. Da werde ich dann das Spiel starten und... Die Kreuzung machen. Weil, ihr habt ja gesehen, es sind meistens so drei, vier Anläufe, bis es dann bei denen klappt, die nicht beim ersten Mal geklappt haben. Und, ähm... Ja. Das wird noch lustig, wenn wir das dann mit den anderen Hybriden machen. Deshalb werde ich die dann auch wahrscheinlich erstmal so dann anpflanzen. Und... Also, ich werde jetzt... Die, ähm... Hauptsächlich wahrscheinlich nur noch die Hybride erstmal anpflanzen. So, und dann schicken wir Emero jetzt erstmal ins Bett und ich trinke einen Schluck... Moment. Ha. Hm. Ich habe jetzt irgendwie immer Angst... Vorm... Laden. Weiß ich nicht, wieso. Weil jedes Mal könnte es sich ja aufhängen oder so. So, dann kriegt unsere Frau noch ein Blümchen geschenkt. Für dich, ja. Und dann geht es jetzt wieder nach draußen und wir schauen mal. Fängt es an zu regnen oder hat es aufgehört zu regnen? Weil der Boden nass ist, ne? Wir schauen erstmal, denn ich sehe da vorne, dass was reif ist. Und zwar Tomaten. Oder? Es sind doch Tomaten, ne? Jo. Ah, okay. Ich glaube, es hat aufgehört zu regnen. So. Noch was reif? Mir scheint nicht so. Was ist denn das? Tomate. Okay. So, dann schauen wir mal, was wir jetzt von denen... Rüben, Vogelfutter, Erdbeere, Orange, Fuyu, Berito, Melona, Wassermelona, Tomate, Karotte, Melo, Toma, Frühling bis Herbst. Langsam, nein, wenn wir nicht anpflanzen. Langsam, wenn wir auch nicht anpflanzen, denn langsam bedeutet, dass wir die wahrscheinlich im Sommer oder so oder im Frühling anpflanzen sollten. So, wir hatten noch Beritosamen, genau. Die werden wir jetzt erstmal anpflanzen. So, sehr schön. Dann frühstücken wir mal. Nom, nom, nom. Oh, Holly. Oh, es fängt an zu regnen. Okay. Aber das ist ganz okay, weil dann müssen wir nicht gießen. Dann können wir andere Sachen machen. Düngen zum Bleistift. Na, gib her. Gib her das Huhn. Aber ich denke, ich werde dann mal die doppelten Bananenbäume ausgraben. Das werde ich jetzt wahrscheinlich gleich tun. Ich werde mir dann eine Hacke holen und die ausgraben. Denn Bananen brauchen wir jetzt nicht so oft. Und, ähm, wir brauchen den Platz, denke ich mal, für die anderen Bäume. Und, ja. Das ist, glaube ich, auch zu viel, wenn wir jetzt drei Bananenbäume haben. Zu viele Bananen kann man doch gar nicht essen. Wie die abwerfen. Wie war das noch gleich? Ich sollte gleich zu Lula gehen und sie melken, damit sie nicht auf die Idee kommt, in den Melkraum zu gehen. Hm. Wird voll konsequent in solchen Sachen. So. Da sind noch die anderen beiden Hühner. Na, die kommen her. Ja. So. Was war das? Es war nicht schön, das kann ich schon mal sagen. Unverschämtheit. Da läggt es hier einfach mal so. So, das nehmen wir mit. Und legen es vielleicht den Tieren zu fressen. Ne, die haben noch. Okay, dann melken wir Lula. Damit sie nicht auf dumme Gedanken kommt. Wuss. Du gibst, gibst du keine Milch mehr? Kann man die schwer kaufen? Anscheinend. Ja, so kann man es natürlich dann auch machen. So. Dann werden wir Lula verkaufen. Dann haben wir jetzt erstmal keinen Milchproduzenten mehr, aber das ist nicht allzu schlimm, schätze ich mal. Dann gehe ich noch hier rein. Hol den Trimmer und die Hacke. Oh mein Gott, wir haben so viel zu tun. So, ich hätte gern den Trimmer und eine der Hacken. Und dann machen wir noch die Bestellung, damit ich das nicht vergesse. Das wäre sehr ärgerlich, wenn ich es vergessen würde. Ich hätte gerne einen Wundertrank und zwar ein anderer Stier und Janet. Klar, die Schalte ist voll. Wie konnte ich das vergessen? Lula. Obwohl, verbrechen wir das mal kurz ab und gucken mal, ob wir... Ja, okay. Lula. So. Dann werden wir uns jetzt Lula entledigen. Oder Lulas entledigen. Hacke, 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 Hacke. Mano. Da. So, dann muss der eine Bananenbaum hier dran glauben. Ja. Finde ich aber gut, dass man da gefragt wird, weil die Bäume brauchen ja sehr lange, bis... Bis sie wachsen, ne? So, und den Bananenbaum werden wir dann auch mal fällen. Ja. Warum auch immer, bei dem so eine komische Grafik kommt. Aber gut. Soll er machen. So, dann huschen wir nochmal ganz fix in die Scheune und... Trimmen Holly? Vertrimmen Holly? Hahaha. Und alles andere werde ich dann erst im nächsten Part machen, aber... Hä? Ich wollte gerade sagen, Holly war doch dick und rund und... Voller... Wolle! Yay. Yay. So. Ich möchte gerne an die Wolle, Holly. Holly? Danke. Gut, ich werde speichern gehen und wir sehen uns im nächsten Part von Harvest Moon, O Wonderful Life wieder. Ovarie! estão herzlich zu sein. Ja, wie gut die Wolle! wondering, ob das? Schönst